abwurfzonenkontroll dings das okay okay hier sind auch noch vier missionen oh gott hxmashen harmtraining ironman und harmherausforderung 2 aber das will ich gerade nicht haben wir nicht gemacht ich werde jetzt einfach mal ich werde einfach mal das jetzt hier machen und wir gucken einfach mal muss ich der sein kann ich kann ich wechseln ich will nicht iron man sein ich will bei gott nicht iron man sein ich will nie iron man sein kann ich wechseln na gut ich wir wollten eigentlich mal miss marvel spielen wir spielen jetzt mal mit marvel wenn das möglich wäre es wäre sehr schön halk ist zwar von uns der stärkste aber wenn wir ich wollte wir wollten mal mit miss 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 marvel mission starten avengers wir haben die position einer hochsicherheitsserveranlage von aim entdeckt wenn sie die anmeldestationen sichern könnte ich ihre systeme hacken und wertvolle informationen für die resistance stehlen bleiben sie wachsam die anlage wird wahrscheinlich von ein elite syntholz verteidigt bin aber auch ein bisschen müde okay wir werden mal sehen wie das jetzt ne ich hätte kamala eigentlich kosmetisch kann ich kamala kosmetisch ein bisschen hübscher machen die ist sie doch nicht gut aus das wird schon ein bisschen fies von euch einmal for real ich finde sie so einfach hübscher es tut mir leid aber sie ist so hübscher was hatten sie eigentlich hier für fähigkeiten noch oh gott oh gott ach hier dass sie ihre ultimative fähigkeit groß werden tschüss das gefällt mir viel mehr als ihr anderes outfit ich dachte kontrollieren sie ihr netzwerk lange genug damit ich das sicherheitssystem von aim infiltrieren kann was okay ich soll kaputt machen server komplex erreichen begeben sie sich zum terminal damit ich sie in das labor bringt ich bin eigentlich ausgewichen aber gut vielleicht ein bisschen spät Fresse das ist ja erhält das ist ja hätten Fähigkeit aufladen oder sowas in der Art ja halt die Lüste halt Oberall ist ach man, ich will Halk spielen, ich mag Halk, Halk ist cool so, das scheint hier jetzt so wellenmäßig abzuwählen kontrollieren sie alle Terminals, sonst kann AIM mich aus seinen Systemen werfen I do my best fuck the rest AIM hat Truppen geschickt um sie aufzuhalten AIM hat die Kontrolle über ein Terminal zurückerlangt ich arbeite dran so wie es muss ich hier stehen? bin ehrlich gesagt nicht ganz so sicher, ob ich hier stehen muss ich habe die Kontrolle ich muss hier stehen das ist ein guter, den mag ich nicht mein Gott ist das ruhig hier ich muss das einsammeln er ist nicht lang genug ah, jetzt ist er lang genug beginne jetzt mit dem Hack okay, das sind die drei Terminals, die wir beschützen müssen ich habe die Kontrolle ich habe die Kontrolle das ist bestimmt das, was ich am meisten vergesse dann das nehme ich hier oben ich habe die Kontrolle ich habe die Kontrolle ich habe die Kontrolle ich habe die Kontrolle ich beginne jetzt mit dem Hack Safe hier? warum haupte habe ich gehauen der frau so verstehe ich nicht wer das heißt ich bin ein sicherheitsnetzwerk eingedrungen da liegt aber noch gut ich hätte gern noch den lud kriegt die blut ich hätte gerne nur aufsamen da okay das sind also diese täglichen missions die wir täglich missionen medisieren können und wir gehen davon stufe bis auf was gut ist und wir können uns geile neue ausrüstung leisten was auch was gutes ist je nachdem wie viele punkte wir dafür jetzt bekommen habe ich nämlich ehrlich gesagt ich konnte mehrere terabyte mit wichtigen infos beschaffen die analyse wird etwas dauern dürfte die assistance aber spürbar weiterbringen sehr schön wir bleiben in quinjet wählen unsere mission weil ich will nicht die hauptmission weitermachen gehen jetzt zu der verschneiten tundra und machen haben wir schon und gehen jetzt das ist ein bisschen zu dolle bolle das macht ein bisschen zu doll aber das hier könnte man sogar vielleicht sogar noch schaffen weil es ist nur plus zwei das ist ja eigentlich noch eigentlich noch möglich naja das hier wäre cool wir spielen weiter der moller wir sind ja auch level ab hier können wir aber auch erst nicht machen ich weiß noch nicht wann steht da irgendwas wie viele fähigkeitspunkte ich brauche und hier weiß ich noch gar nicht für 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 weiß bescheid drücke beim ausweichen viereck ich drücke nie ausweichen denke ich auch nicht dran so ist dinge wo ich auch nie daran denke als in der luft gedrückt dass da das sind das sind dinge daran kann ich sogar denken das könnte ich sogar schaffen daran zu denken keine besseren dinge alles nicht besser ach so ja hätte ich ja schon mal mission starten drücken können war hätte man ja auch jetzt es hat ein terigen forschungslabor entdeckt in dem ein experimente an in humans durchführt wir hätten gerne das material auf dem ihre forschung basiert müssen uns aber zunächst zugang zu den labor kapseln von allen verschaffen verteidigen sie den haupt zugriffspunkt des labors während ich ihr system hecke warnung der bereich wird gut bewacht sein wir müssen die kontrolle über ihre systeme erlangen bringen sie mich zu der position auf ihrem hat ich bin so unterwegs die wir das ding kommt schon Das muss man nicht Au Taktown Dann nicht Taktown Na gut, den dann Taktown Kalk, wurde angeschossen Ne, 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 ne Oh, böse Jungs hauen Das ist ne Kiste Sprich hier von bösen Jungs Und wir finden ne Kiste, kann ja nicht sein Units Heilung Zeugs Noch mehr Zeugs Kriegen wir uns noch nicht was angezeigt Nope Da sind noch ein paar böse Jungs drinnen Hab ich gehört Das umgehen der Security dauert ein wenig Sichern sie den Bereich Aber bleiben sie in Reichweite des Kontrollpunktes Ich sag mal Auf, 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 later, later, later Wenn sich jemand darum kümmern, das Da oben Die Dinger und so Oh, guck mal, wie süß die Warten Das ist ja lieb Ja, ich arbeite gerade Ich komm, schau Ich muss hier hin Könnte alle Aufräumen hier Geht weg Ja Ah, wir hatten hier den Flammenwerfer Ich hätte hier einen Flammenwerfer zu haben Boah Oh, oh, oh Ich spiel nicht mit Ich drücke einfach noch Aua Alter, Finne Alter, Finne Ey, ich hab gar nichts mehr gesehen Oh, ich krieg hier kaum was mit Alter, Finne Hier ist richtig Hier ist richtig Action Au 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 Oh Da Da können wir takedown Ah, schön In your Okay, keine Ahnung Ah, das große Ding ist weg Gut Alter, Finne Achso, den Bereich sichern Das ist jetzt einfach nur noch, dass er sauber macht Komm, den takedown Mach Mamas takedown Okay, dann nicht Alter Halke geht durch Halke liegt auf ihn Sauber gemacht Einsammelt Loot Da hinten liegt Loot Ich hätte gerne noch den Loot Ach man, oh, nie krieg ich den Loot Da war aber schon ein bisschen Ein bisschen knüller, muss ich sagen Das war jetzt schon ein bisschen knülliger Gut gemacht Die Resistence hat jetzt Zugriff auf die Forschungskapseln in dem Labor Mit etwas Glück erhalten wir neue Informationen über ihr Inhuman Forschungsprojekt und können dadurch hoffentlich mehr unserer Leute beschützen Aber nur mit etwas Glück Weil wir einmal gestorben sind oder hingefallen oder K.O. gegangen sind oder wie auch immer du das nennen willst Wir haben es aber trotzdem geschafft So, können wir eigentlich Können wir eigentlich anziehen Können wir eigentlich anziehen Wir haben ja derzeit hier noch nicht so wirklich was Gutes Von Hammer Industry Können wir eigentlich anziehen Weil ist ja sowieso noch nichts Besseres da Oh, hier kann ich jetzt Äh, guck mal, kann ich jetzt Verlängert die Dauer von Vergrößern um 5 Sekunden Gerne Nehme ich sofort mit Das nehme ich sofort mit So, fortfahren Ja, wäre natürlich auch nochmal eine Taste, wa So, Missionsauswahl Was geht ab Hier haben wir noch zwei von denen Da ist ein Plus-Eins-Ding Das ist wieder, äh Verteidigen und so Machen wir, komm Wir machen heute nichts mehr anderes Außer Tagesaufträge, da Aufgaben, wie auch immer Ich würde gerne zurück zu Jarvis oder so Äh, zur Kamala oder so Wir starten die Mission auch gleich Ich würde auch gerne zurück zu Kamala Und Mehrere Resistance-Kämpfer sitzen im Feld in der Falle AIM rückt auf ihre Position vor Und sie müssen sie retten, bevor sie überwältigt werden Begeben sie sich zu ihnen Und verteidigen sie sie, solange es erforderlich ist Wir werden sie abholen, wenn die AIM-Truppen eliminiert sind Also einfach wieder Kämpfen, Kämpfen, Kämpfen Krass, Sachen, Sachen, Sachen Kämpfen, Kämpfen, Kämpfen Ja, kann ich zurück zu Chimera Hier zum, 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 zum Unserem Posten da Und die, die, die Aufgaben abgeben Oder sind sie allgemein abgegeben? Sind das denn wirklich diese Aufgaben? Für mich sind das diese Tagesaufgaben Oder? Vor ihnen sind Inhumans in einen Kampf verwickelt Ich bin einfach nicht groß genug Hey! So, ich stand gerade irgendwas von besserer Ausrüstung verfügbar Gute Treffer So, äh, Iron Man, du kannst fliegen Das wäre sehr süß von dir Das wäre voll süß Das wäre da Hulk, bist du eigentlich auch da, oder? Okay, Hulk hat sich ein klein wenig da hinten verpackt Wir müssen Hulk erstmal ganz kurz retten Hulk ist ein bisschen Hulk Hulk Oh, da kommt schon irgendwann Irgendwann Ach so, sie sind kaputt Irgendwann, äh, irgendwann kommt Hulk schon mit Äh, äh, ich glaub da an Hulk Äh, Rakete? Hey Hulk! Mensch, du hier Ich geh einfach rein, der Rest ist ideal Wollen sie sie tatsächlich beschützen? Sterben sie? Oh Gott, bitte lass sie nicht sterben Schützen sie die Inhumans Ach Gott, das wäre ich gerne Ach, ich fliege irgendwie Weil ich hab keine Ahnung, was man abgeht Irgendwie Ich bin verwirrt Oh, danke für die Armbänder Ach, das ist doch ein So ein Flugding Immer schön antreffen Okay, ich muss sie tatsächlich irgendwie retten Das ist genau mein Mein Ding Ich weiß noch nicht mal, wo der andere ist Wo sind die denn? Da ist einer Oh, ein schöner Spruch Ah, da oben Da ist einer Ach, die heilig, wenn ich in der Nähe stehe Okay Okay So, kaputt Klasse, dieses Ding B ist derzeit extrem in Gefahr Aber ich muss suchen Ich muss suchen Ich weiß noch nicht, wo B ist Wo ist B? Zeigt mir B Da ist C Ja, ich suche B Ich finde B nicht B B B, 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 B Hallo Gibt es hier ein B? Weil ich persönlich sehe es Ich sehe das B nicht Weiß ich nicht Ich weiß es nicht Weiß ich nicht Dann lassen wir ihn sterben Wenn er sich versteckt A habe ich gefunden C habe ich gefunden B ist nicht da Uiuiuiuiui Das ist Danke Hulk, dass du im Weg stehst Ich habe unsagbar viel Spaß gerade Also gerade Gerade ist der Spaß im oberen Drittel Ich komme da nicht hoch Ich weiß einfach nicht wo Ich weiß nicht wo B ist Leg mich auf Meine H Wo ist B? Ich sehe wirklich Ich sehe hier kein B Fakt mich nicht Ich denke mal Wir gewinnen hier sowieso Aber Wo zum Teufel ist das B? Ich weiß nicht wo das ist Ich habe hier alles abgesucht Ich weiß es nicht Für mich gibt es kein B Einer ist tot Aber dann ist der tot Ganz ehrlich Der hat es dann verdient Tot zu sein Wenn der kein Symbol über sich hat Dass ich weiß dass er da ist Dann soll er doch tot sein Dann ist das auch eigentlich jemand Den wir ganz gut opfern können So fies wie es klingt So einen konnte ich nicht retten Gut gemacht Avengers Sie haben unsere Leute gerettet So dass sie weiter kämpfen können Die Resistance wird siegen Wenn sie ihnen den Rücken frei halten Ja Ich möchte jetzt Zurück Zur Chimera Ich würde Liebend gern Zurück Zur Chimera Zur Außenkosten Ich vermute mal Das ist es jetzt Ich frag mich nicht Dieses Spiel Gibt Keine Auskünfte Ich hoffe jetzt einfach mal Dass es das ist Weil ich muss nämlich Feierabend machen Damit die erste Folge noch rechtzeitig rauskommt Wir machen ja heute sogar noch ein Livestream Ja Samstags machen wir ein Livestream Ich bin gerade aus dem Urlaub gekommen Livestream Aber jetzt gucken wir erstmal Vielleicht Vielleicht Finden wir ja Vielleicht ist es ja wirklich Für mich ist Außenposten Dass wir jetzt Hier sind Ah Gott sei Dank Schön Ich habe keine Ahnung Ob wir hiervon irgendetwas gefunden haben Aber ich glaube nicht Aber wir können gucken jetzt Tatsächlich Ob wir diese Gruppen EXP Oder wie das heißt Bekommen haben Das wäre nämlich nochmal Eigentlich Ziemlich Oh ne das ist der 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 Mager Jetzt will ich mal ganz kurz gucken Ob wir das irgendwie Abgeschlossen haben Warte Rechte Seite Aber der blinkt ja auch Der wird angezeigt Also ich weiß nicht Willkommen zurück Avenger Ich habe was Neues für Sie Okay das haben wir jetzt fertig Kann ich Soll ich das abgeben oder so Also die Dinger haben wir jetzt fertig gemacht Wenn ich hier Soldaten finden und besiegen Achso Drei Kassetten öffnen Achso Drei Exos besiegen Achso Das ist die tägliche Mission Und wir haben aber diese Aufträge Achso Gut gemacht Okay Die Mission können wir ja noch gar nicht machen Dann haben wir gerade einfach nur so ein paar tägliche Herausforderungen gemacht Oder tägliche Aufgaben Jetzt will ich nochmal ganz kurz nach Sydney gucken Was willst du eigentlich Willst du noch irgendwas Nö Bauen wir nur den Einsatztisch Und gucken ob wir irgendwas uns jetzt kaufen können schon Weil wir haben ja schon ein bisschen jetzt was Fertig gemacht Und er leuchtet sehr provokativ da hinten Also Könnte das eventuell möglich sein Wir müssen Was immer sie brauchen Gav ist ihr Mann Gruppierungsrang erhöht Bitte nehmt diese Belohnung im Namen der Gruppierung an Gruppierungsrang erhöht Bitte nehmt diese Belohnung an Wir haben Sind voll mit Units Aber wir können uns jetzt hier was leisten Nice Wir können uns jetzt hier was leisten Irgendwas goldenes oder Sind wir mal ehrlich Irgendwas goldenes Wenn man das hier sieht Zehn Kraft mehr Doch Irgendwas goldenes Da ist auch noch was goldenes Geht aber nicht so viel mehr Komm wir holen uns das hier Nötiger Gruppierungsrang 13 Oh Das sehe ich jetzt erst Ups Ups Das hier wäre halt was für 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 Auch schon holen Gruppierungsrang 10 Es wäre schön wenn es da irgendwo mit Beistehen würde Was für ein Gruppierungsrang Gruppierungsrang 45 Alter warum soll ich so hoch Okay wir können uns das hier leisten Und das da leisten Eins von den beiden Das ist halt Komm Immer wenn sie etwas kaufen Bekomme ich Gänsehaut Ja Ja das höre ich öfter Die habe ich jetzt aber nicht gekauft Sondern nur für den Hark Okay Gut Äh Ja Dann Wett aktualisiert In Drei Stunden Mehr Gruppen EXP Ausrüstungsvorteil Bis zum nächsten Mal Okay Bestimmt nicht Tschüss Ich möchte jetzt nur Gern in das Inventar von Hulk Das wäre eigentlich ganz cool Wenn man da noch so hin könnte Was haben wir hier Comics Comics Gut Dann würde ich jetzt aber sagen Wir gehen wieder zum Tisch Das ist nicht der Tisch Der Tisch ist oben Hier oben Tisch Und dann mache ich erstmal die Aufnahmepause Weil wie gesagt Muss noch rechtzeitig raus Damit rechtzeitig live streamen Und rechtzeitig rendern Und rechtzeitig alles fertig machen Und alles rechtzeitig 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 Deswegen bin ich jetzt erstmal raus Wir haben ein paar tägliche Aufgaben gemacht Um zu sehen Was tägliche Aufgaben sind Hauptsächlich Oder tägliche Herausforderungen Oder tägliche Aufträge Oder wie auch immer Ihr das nennen wollt Jetzt machen wir aber Demnächst Denk ich mal Tatsächlich Haben wir hier noch Ein Ironman Ding Wie ist das nicht Wir haben doch Eine Ironman Aufgabe Mit dem Iron Das hier ist die grüne Ironman Kram Hier ist Adventure Ah hier ist noch der Ironman Ding drin Ne das ist das Ding Zustand Mission Grün Ich weiß nicht Das ist für mich Ich weiß nicht Ob das irgendwie Da ist eigentlich ein Haken hinter Aber ich verwirrt Ich denn einfach Glaube ich das nächste Mal Ganz einfach Hier weitermachen Das hier denke ich mal Aktualisiert sich auch irgendwann Vielleicht Weiß ich nicht Wir gehen aber Dieses Mal allein gegen Ayn Und gucken uns an Was wir da machen können Jetzt bin ich aber erstmal raus Und ich hoffe Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin Euer Tony Stark Der blöde Typ Ich mag den nicht So Bin raus Auf Wiedersehen Und ciao Tschüss